Sanctuario Doch nun ist dieser einst mächtige Orden nur noch ein Schatten seiner selbst Und die uralten Schöpfer Sanctuarios sind zurückgekehrt, um die Herzen der Menschheit für sich zu beanspruchen Dies ist die Geschichte ihres Niedergangs Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Könnt ihr uns vor dem beschützen, was dort draußen lauert? Wir können uns an niemanden sonst wenden. Das Böse sammelt in diesen Ruinen seine Kräfte. Ich werde es vertreiben. Oh, 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 oh Das war's. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.